Hallo und herzlich willkommen zurück bei DayZ. Wir sind gerade im Gefecht mit ein paar Spielern. Wir sind off-screen dabei etwas weitergelaufen. Und jetzt geht's ab, ja. Ja, hoffentlich sehen wir jetzt nochmal. Ich sehe gerade gar nichts. Ey, die müssten auch irgendwo unter uns sein. Toi, ich hätte das jetzt vielleicht mal eher starten sollen, wo ich gefragt habe, wollen wir sie auch schießen? Gehen wir echt ziemlich schnell. Ja, Peng Peng! Wir hatten geschossen eigentlich. Ich? Ich hab den ersten erwischt. Aber ich weiß nicht, ob er tot ist. Liegen bestimmt auch da unten bei den... Bei den Dantbäumen. Wir hätten uns vielleicht besser absprechen sollen. Ja, das war halt so schnell. Die sind ja... Hätten wir nicht geschossen, hätten die uns selbst gesehen. Ich kann ja auch nicht so weit gucken mit meiner Auflösung. Also mit meiner Grafikeinstellung. Bis morgen wird er dann fliegen. Ich kämpfe mich ja schon weiter runter. Aber... So, ich sehe nichts. Oh, ich hab richtig dicke Eier habe ich. Seid eigentlich jetzt noch hier, Jungs, Mädels? Ja, ich... soll... Ich bin schon was ganz unten. Ist ja... Oh! Mama! Achso, jetzt bist du! Oh, du... 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 du könntest ja zum Glück kannst du mich... äh zum Glück kannst du nicht zielen! Alter! Alter! Die sind... Na links von uns, Dornburg. Naja, nicht rumguckig halt auch den! Alter! Nächster! Gott sei Dank! Von weitem sah das aus wie eine Frau! Oh fuck! Von weitem sah das aus wie eine Frau! Du siehst auch immer von weitem aus wie eine Frau! Äh, ich hab gerade eine Bank aufmachen gehört im Spiel! Ja, ich auch! Ah, das Kind war das vielleicht back näher! Schüsse? Ja! Was? Von Buden! Ich sehe niemanden! Ich auch nicht! Soko, lebst du noch? Ich lebe noch, ja! Spannend! Spannend! Ja, ich bin ich noch da gerade angekommen, kommt! Ja! Die müssen ja irgendjemand von uns sehen oder schießen die ins leere! Ja, ja! Ich glaube nicht da! Also, das lange... Warte mal, doch niemand läuft gerade einen Berg hoch! Mit dem roten Rucksack! Dort vorne! Äh, ja, vorne irgendwo! Ja, ich! Sie sich drauf! Ich sehe ihn in Herrn Abwehr sehe ich! Gut! Du liegst da, ne? Ja gut! Ist der von mir entfernt oder von mir? Ich sehe den nicht! Warte mal, ich sehe ihn aber auch gerade nicht mehr! Aber ich denke, die denken nur, dass wir oben sind! Ist der weit hoch gelaufen? Ja, da war schon ein Stück! Ich sehne, ich sehne! Da rennt jetzt wieder ohne! Ehrlich? Ja, da rennt jetzt auf die Schienen zu! Ja! Feuer? Ja, ich sehne nicht mehr, da ist jetzt noch ein... Jetzt, ich sehne! Aber ich hab halt kein Visier! Soko! Ja, aber du komm! Siehste, ne? Du trist so eh ne! Geil! Das ist spannend! Ah, die hängt dort im Baum, ich sehne! Ich sehne! Ach, ich sehne! Ach, hier! Ach, Silke hier! Dorthin, da rennt schon wieder hoch! Da ist es! Warte! Da rennt immer noch hinter dem Baum! Ne, jetzt ist es! Da ist er wieder dort! War du das? Ah! Ja! Da rennt jetzt wieder nach unten! Hat er dich gedrochen? Ne, ich hab doch geschossen! So! Aber das ist halt schwierig zu treffen hier ohne! Ja! Geil, geil, geil! Na, wort er, also... So, wie ich bei manchen gesehen hab, man soll immer... ...Geduld bewahren! Und ne einfach... ...irgendwas Dummes machen, ne? In solchen Situationen... Ja! Lauf mal vor, Soko! Vor allem, wenn ich, wenn ich hier Kümmern... Korn benutze... Weißt du? Da ist erst, eh, auf einmal alles verschwommen! Das ist ganz, ganz komisch! Hm! vielleicht nicht gerade so intelligent jetzt gerade den timer zu aktivieren aber können wir müssen weiter vor ich sehe ich aber auch nicht mehr darum guck erstmal genau hin bevor du auf jemand schießt ja das problem ist da in hatten roten rucksack wird aber kann man sieht so aus wie ich und trotzdem hast du von uns auf mich geschossen ich dachte weil da woanders hingefuckt hat ich dachte ja okay ist ja langweilig wo sind die wo bist du ich bin hinter dem baum ich sehe ich habe gerade echt das gefühl dass genau auf der anderen seite von von dem baum wo ich stehe das spiel kommt einer noch rein also ich kriege also ich liegt gar nicht gut ich habe nie gesehen ich bin an mir jetzt sicher nicht mehr die sind jetzt in der mitte die rennen jetzt zum wasser ich sehe niemanden wie kriege ich denn das mit ob ich jemand getroffen habe noch nicht geil weil da war eigentlich gerade genau in mein punkt der eine steht ganz hinten in der andere war weiter vorne geht direkt an der schiene ich weiß ich kann nicht mal wie viel schuss ich habe da wirst du lieber noch laden wie denn mit er die bettel viel da wie lottchen noch hallo ihr dürft ruhig mit mir reden nein ja jetzt ist doch so gut weg man hier noch in der ersten noch näher auch nicht da hat er nicht mehr geantwortet bei mir bei mir bist du so gut dann demnach schießt du ja bei mir bist du so gut dort ja schon verschanden ich habe ihn gesehen aber ganz ganz weit weg ja komm runter dass er mal lieber der zweite ist ne ja der zweite da rennt noch weiter hinten der eine mit dem roten rucksack da ist ganz vorne dran der andere war dahinter na ich hab eine jetzt hinten ist er so ein laubfarbener baum ja sind mehr her da habe ich ihn gerade gesehen also die rennen weg oder ran na die halten sich schon in der nähe auf aber die wissen wahrscheinlich nicht so richtig wo wir sind alles ist scheiße ohne ohne visier ganz ehrlich hier ist mir jetzt was unten ne sehr gut ich stehe hier bei so einem baum und da sind noch zwei andere bäume ach gut ich sehe dich aber auch nicht also wo also die sind jetzt erstmal weiter von uns wo mir wo mir her gekommen sind gerannt oder was 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 ne bekommen doch von oben ja ich bin aber von der richtung die sind in richtung wasser gerannt wir steigen ich bin hinter dir na gut na gut ich hab grad ne gelbe kette bitte nicht ja ich hatte ja wie gesagt gerade in der server war bei mir weg aber jetzt ist er wohl wieder da oder was ja ich sehe da ganz weit weg also ich hab doch mal noch pixel ran sehen ich brauche naja ist nur wie kommt jetzt angewandt alles können ja schließend bist du vertrieben auf damals schienen seite ja da kommt genau genau da kommt dann lass mich mal es ziehen üben aber schießt nicht auf mich da nein von welcher richtung kommt er denn und dort wo mir her kommt in der richtung also wenn du zum nahwasser guckst links ja gut ich sehne es tut mir leid echt warte ich warte ob er dran ist jetzt seh ich ihn warte warte fuck das egal ich hab's noch mal getroffen ehrlich ja da hab ich mich schon wieder getroffen keine Ahnung ich hab ah ne da rennt ihr noch weiter fuck ja da da rennt genau mich zu ja ich hab's überlebt das war ja nur ne 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 übung keins kann mich mal kurz jemand beobachten ich muss mal ganz kurz ich hab keine ahnung auch hier auf dem seite wir müssen bloß wir müssen das gucken wo die wo die nahe anbotsweise nicht dass die uns umrunden oder so das haus genau sind weil wir müssen jetzt langsam weiter wieder weg ja hier ist er noch da ja warte 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 die sachen packen und auch dahinter ran sagen hm was sachen packen und wegrennen wo bist denn hinrennen weiter 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 nach unten achso und welche sachen hier sind wir vom berg runter kommen du kriegst du ja immer noch rum oder was ja safety first aber halt die sind uns uns so gut wie eh über den weg gelaufen genau 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 auf der gleichen Höhe ne gott mehr weiter ja schade also ich muss sagen es ist gar nicht mehr so leicht zu ziehen hier ich brauche ich brauche ich muss meine grafik hochschrauben aber ich muss nochmal meine waffe nachladen ja also wie machst du das jetzt munition einfach wieder drauf ziehen oder was hier jetzt woanders ach ich hatte noch 14 schuss drin ist noch der hälfte liegen macht spaß hm aber wenns mal etwas spannend hm aber wir haben die leider nicht nicht mehr getroffen oder nicht getötet wie es schreibt irgendjemand drunter oh du kannst nicht schießen ich hab das erste mal gemacht und ich hab sogar getroffen einmal aber nur wie warum wurde denn der nicht verletzt ist ja scheißegal ja aber warum war denn der nicht verletzt genau der hat geblutet ja aber da hätte fallen müssen müssen wir in den kopf schießen sämtliche arme gebrocken das denkst du aber ich probiere oh ich hab hunger kommen wir mal kurz ja wo ist auch mal da haben wir noch ein Stück weit boah komisch dass die uns jetzt gesehen haben weil wir waren ja ab so weit schon höher ja ich dachte schon jetzt gehts los jetzt schießen die uns ab vielleicht wollen sie uns nicht töten ja ja die hatten alle bäder eine waffe gezogen wie mir achso na gut ja zur selbstverteidigung wie wir ja und lass mich raten von den zweenen wo du wieder zwei Meter davor standest hast du auch keinen getroffen ja die sind ja quer von mir gerannt mhm du hast ja jedes mal eine andere Ausrede das letzte mal ich hatte nur zwei Schuss ja und dann mit so einer doppel laufding da triffst du ja nicht ich kann wenigstens schon mal für mich verzeichnen dass ich wenigstens einmal getroffen habe toll möglich ist doch egal da hätte genau so einen top ausgerüstet sein können wenn er den gleichen Weg gelaufen wäre in der gleichen Situation da rennt dann aber nicht an die Schienenlang ne garantiert nicht ist doch egal wie gesagt seid alle nur neidisch schönes Wasser wo sind jetzt die nächsten Spieler ich hab Blut geleckt aber ich frag mich halt die ganze Zeit ob das so normal ist dass es so extrem verschwimmt wenn ich so ran also mit Küm und Korn ziele ja na keine Ahnung also bei mir auch entweder braucht mein Charakter mal ein paar Kontaktlinsen oder ne Brille ha 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 Ich sehe euch nicht mehr. Ja, das ist nicht schlimm. Ja, immer weiter. Weiter. Äh, nach, nach Elektro. Gut. Ja, das ist sicherlich. Ja, hat schon jemand getrunken. Oder es war auch wieder. Ich hab's auch gehört. Nee, also ich muss nicht. Das ist kein Zeitpunkt. Vielleicht ist es kein Bug. War das gerade ein Schuss? Nee. Okay. Okay. Ach, Mann. Aber es war auch schon vor aufregenden Momente bei Rust. Nee. Das war auch immer richtig geil. Wo wir nachts im Lagerfeuer und und. Aha. Wo die Russen. Ja. Wo die 5 Russen vor unserem Tier standen. Und dann unser netter Freund PKA kam. Ah, genau. Oder wo er uns Waffen geschenkt hatte und wir gerade so aus dem Haus raus sind und schon wieder verloren. Oh, zack. Wo, wo seid ihr? Ja, schon überm Back rüber. Ja, ich lauf auch gerade nach hinten. Ach so, dort. Ja, ja. Oh, ich hab übschen Hunger. Ich würd gerne noch was essen. Ja, kann man schon. Im Game. Ja, erstmal so viel bis, bis, bis he traded und, und er hat scheiße. So steht. Es kommt alles nur vom Essen, oder was? Essen und trinken, also. Scheiße. Ja, aber, also musst du essen und trinken. Ja, aber, also musst du essen und trinken. Ja, genau. Jetzt hab ich nur eat gemacht, statt es eat all. Oder? Ja. Uno Momento. Das dauert ganz schön lange, du. Trinkt ihr was? Ja. Warum kann ich denn die zweite nicht trinken? Ja. Jetzt bin ich, äh, he traded. Und jetzt nur noch trinken. Okay. Äh, essen, oder? Ja, würd ich auch sagen, eher essen, ne? Ach so, he traded, ja, alles klar. He traded was trinken. Endert scheiße. Ah, man muss wieder dazu sagen, wir sind alle keine Englisch-Profis. Nee. So was müsste man eigentlich wissen. Aber, naja. Ist schön mitten in der Nacht. Ja. Boah, ey, ich hab grade, ich ess gleich nicht mehr, das haut mir zu lange. Ich ess gleich nie wieder was. So, ich glaub ich bin fertig. Gut, gut. Na dann. Ich seh nix. Hör nix, hör nix. Mhm. Mhm. Aber wärden wir unten an der Straße lang gelaufen, hätten wir uns nicht abgeknallt, ne? Ja. Ja. Ob wir jemals wieder so eine spannende Situation erreichen werden? Ja. Also ich fand die Situation auf dem Erdfield, hätte sie spannender. Ach gut, stimmt. Ja, die war auch nicht ganz schlecht. Oder wo ihr die, oder wo der, Salk die Sniper-Leichen gefunden hat. Mhm. Ja gut, das fand ich recht entspannend. Hab mir da nichts großartiges dabei gedacht. Und dann Fatsch. Ja. You're dead. Ja, ist ja nix passiert. Ich bin ja Pro-Gamer. Ich kann nur immer wieder sagen, wie es steht. Der... So gut, er ist schon zweimal gestorben. Ja, ne? Und ich nullmal. Und der... Herr, etwas auch schon einmal. Aber auch nur durch... Ja, warum wohl? Ich konnte nix dafür. Oh ja. So, hier kommt Elektro jetzt. Jetzt fängt's an. Hey, wow. Was ist denn da? Ne. Oder? Doch. Ja, das ist es schon. Oh, und unten läuft der Nubi. Ehrlich? Den, den... Zwischen denn hier? Auf der Straße. Ach, das ist zu weit weg. Aber ihr könnt doch mal Zielübungen machen. Ah, ne. Ich schieß doch nicht auf ihn. Also, ich sehe ihn gar nicht erst mal. Da ist jetzt bei der ersten Häuser. Ja, ich seh ne. Naja. Was ist schon Elektro jetzt hier? Naja. Na doch, zu Anfang. Da, da kommt man den Hafen, das machen wir da. Ne, das ist... Ne, das ist noch die... Die, ne Vorstellung oder... Oder auch das Tor, davor. Gut. Pass auf, sagst. Ne, ich schaffst du runter. Ach. Oh, das... Ah, das Spion auffallen. Und du jetzt. Nein. Aber hier ist denk ich eine schöne Position mit auch. Hm. Oh, ich hab ne... 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 Ne Dose. Ja, hab ich auch wieder gehört. Dito. Boah, wie komm ich jetzt hier wieder runter? Ja. Kann ich hier einfach runter, ohne mir was zu brechen? Was hast? Keine Ahnung. Ach, klar. Hä? Das lacht's. Ach. Ah. Wollen wir... Wollen wir jetzt noch so weit laufen, oder? Äh, steht noch kurz was trinken, oder komm ja von Badenbrunnen. Äh... Trink nur wärmen genug. Wo ja, ich trink lieber vorher, da an... an Brunnen rumsteh. In die Elektro-City. Schön alles im Auge behalten, Jungs. Achso, wir wollen irgendwann mal einen Stein haben. Ne, danke. Na, ich brauch auch keinen Stein. Fernsten hätt ich nicht genommen, aber vorhinst. So, wie sieht's aus hier vorne? Alles klar? Ja, so weit wie ich gucken kann. Da vorne ist die Polizeistation. Ja, aber wird bestimmt schon alles geludelt sein. Weil's da so ein... Ich hab nur geguckt, da jemand oben drinne sitzt. Ah, das ist gut, ja. Aber so weit wie ich seh, niemand. Aber ihr könnt ja gern noch mal gucken. Ey, warte, ich hab's handgelassen mit, ne? Ne, ist jetzt keiner. Ich näher mich jetzt so unten in den Haus mal. Äh, welchen Haus? Weil ich muss auch einen Berg runter. Äh, das... Das... Mit der braunen Tür, ja? Ja, genau. Ja, gut, braune Tür ist... Schon nicht das einzige Haus. So leicht blaues Dach. Ne, ich sag mal mit dem... Mit dem kleinen... Klein... Neben... Achso, ja. Ich sehe euch jetzt so. Bist du du? Äh, nach Umberg. So. Achja. Ja. Gut. Geht er grad wieder raus? Laufen wir da wieder durch? Oder? Wo denn durch? Na, also hier gleich weiter? Oder wollen wir nochmal in der Polizeistation reingucken? In der Polizeistation, oder? Wollen wir machen. Die Tür ist glaub zu, wie's aussieht. Zumindest die Seitentür. Wo? Ich war grad hier auf dem Dach. Ist auch nix. Oh! Bäm! Hahaha. Ist auch witzig. Wo seid ihr? Wir kommen nach. Hinter dir. Äh, seiden wir Eingang benutzen? Oder vorne wollen? Das ist eigentlich egal, ne? Egal wie wir sterben. Oh, hier können wir noch hier... Drawer gucken. Nix. Ah, Vortereingang ist auf. Ganz schlecht. Vielleicht ist da grad jemand drin. Ja, müsst aufwarten. Seid. Könnt ihr mich gerne unterstützen? Warte, ich bin... Ja, mit nem Sniper-Grasse schlecht. Äh, in den Mäuserkampf. Bist du nach unten? Ja, ich bin nach unten. Ne Pepsi? Machen wir nicht. Ich bin auch da, ne? Ah, ich seh dich. Ah, ich seh dich. Hier irgendwas spannendes? Ne, noch ne. Ich geh mal rauf. Ja, ich mach mal den Frontteil wieder zu. Ja. Ich guck schon... Ich guck schon Assistenz hier nach vorne. Na, kannst du dich da oben auf dem Dach platzieren? Ja, wenn... Wenn... Wenn oben niemand ist? Ja, ist doch niemand. Ist sicher? Das nicht, aber... Die Polizeistation, die gehört jetzt uns. Ja, haha. Ja, eine Batterie, die nehm ich mal mit. Ach du auf Geburt? Ja, ich bin eh nie wieder bei Nacht. Und nicht so schnell. Das war scheiße. Irgendwelche Munition aufgesappelt. Hier und da ist ne Coke. Ne, das ist ja, äh... Sag mal. Ne Coke. Spaghetti. Ach so? Und? Ja, komm wir ja, ne wieder raus, ne? Also, ich hab niemanden gesehen. Also, ich hab niemanden gesehen. Als Windstil hier oben. Ja, haha. Wie dieser in den Wald oben, ne? Oder so. Ja, wir müssen auch bald abbrechen, Leute. Ja. Wo machen wir denn das am dümmsten? Ja, im Wald oben, oder? Weil hier hinne will ich mich nicht auflocken. Nicht? Ne. Warum? Ne, bist ja noch... Bist ja dann noch ein paar Sekunden da. Ja, aber in ein paar Sekunden wird wohl... Ja... Dann lockst du dich einfach als letztes aus. Ne. Für was unsere zwei Charaktere. Na, ich werde jetzt hier links raus und dann in den Wald. Hm. Ja, seid ihr, wo seid ihr jetzt? Und? Beim Seidenhaus, ne? Gibt's? Gibt's? Der... Ich hab nur noch laufen gesehen. Hat er... Äh... Equipped gehabt? Ich hab nur noch laufen gesehen, ne Beine. Der kommt bestimmt hier rein, oder? Das kann ein Zombie gewesen sein. Nein! Das ist ein Spieler. Ja, warte mal. Bis die Tür aufgeht. Ich seh, ich seh. Ja, der hat nichts drin. Ach komm, töten. Je. Sonne. Sag, bist du schon wieder? Ich such ne. Ich seh den nicht. Da müsst ihr jetzt ins... ins Packsteinsgebäude rein. Ja, ins Packsteinsgebäude rein, ja? Ja, ins Packsteinsgebäude rein. Packsteins? Links, neben... Ich hab' einen Glauben gesehen. Die Tür ist noch zu. Seiden Tür. Na, sag. Die Reihe und... und mach' ne nieder. Wenn's da? Ja, ne, wenn du so... So... Oh! Alter! Oh! Ich hab' nicht mal was. 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 Du dummes Kind. Du dummes Kind. Ja, etwas. Du bist ein dummes Kind. Ich hab' mal geschossen. Mit deinen... Mit deinen 27 Jahren bist du ein dummes Kind. 28. 28. Ah, 28. Ich hab' dich jünger gemacht, tut mir leid. Ah, tschüss. Na gut, ich versteh' aber, dass er sich aufregt. Aber... Ja, nö, 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 nö. Oh, aber ich wär' erschrocken. Hätt's ja auch mal besongen können. Vor allem. Tausend Schüsse drauflassen. Dann tut er hingelegt. So, na gut, los. Komm, raus. Ey, warte, ich will noch nachladen. Ja. Na, warte mal. Äh, im Wald-Ofen. Hahaha. Schieß lieber noch mal drauf, vielleicht bewegt er sich noch. Das ist doch, ja. Äh, Wald, links, rechts, oder? Links. Links raus. Jetzt. Ach, das ist so. Ne. Hat er gesagt, dummes Kind, oder was? Ja. Du, als zuerst... Ich hab' nicht mehr weiß' ja, Bobby's oder sowas, und dann... Ja, ja. Du dummes Kind. Klar, der hat einen Rucksack aufgehabt. Hahaha. Hat jemand mal geguckt, ob der irgendwas mit hatte, was man gebrauchen könnte? Nee. Aber wir töten also nur aus Spaß. Hahaha. Ja, den Noobies nicht eigentlich, ja. War der kein Noobie, der hat einen Rucksack gehabt. Ah, aber der hat er keine Waffe. Wülp. Der hat er gar nichts gehabt. Klar, der war totally... ...over... ...powered. Wir müssen solche Leute ausscheiden. Hahaha. Ach, ich bin manchmal böse. Aber, wie gesagt, ich hab' ja nicht geschossen. Ich rede immer nur, andere vier sind aus. Hahaha. Ich mach' immer nur meine Späße. Ja, ich würd' sagen, hier, ja. Was? Oder? Ah, mit... Wens mal an einem Baum, oder? Ja, in dem Moment hier oben haben wir noch so Gebisch gelimmt. Hahaha. Ja, wir bei uns richtig. Hahaha. Hahaha. Nicht schön, da haben wir doch in dieser Folge in Spieler umgebracht. Hahaha. Den ersten. Hahaha. So. Da hatte zwar nichts, aber... Ist egal. Ach, du das nicht immer mindern, den Triumph. Da hat er alle Waffen, die es gab. Oh, du hast einen Speedloader. Hast du mich? Ja. Ne, hab ich nicht. Auch mir. Sei froh, mich hat's schon gezielt. Ja, gut. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, dass die Folge euch gefallen hatte. War mal ein bisschen was anderes. Und... Ich würd sagen, beim nächsten Mal wird's noch etwas spannender. Wunder. Elektro. Diggi. Super. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Ciao.